Oliver Pocher schießt gegen Cora Schumacher. Nun verrät die Dschungelcamp-Teilnehmerin, wie sie sich deshalb fühlt und was sie von seinem Verhalten hält. Cora Schumacher bekommt Seitenhiebe von Oliver Pocher. Das Dschungelcamp ist in aller Munde. Und so auch die ganzen bewegenden Geschichten der Promis. Aber auch in Sachen Sexy Time plauderten die Teilnehmer ordentlich aus dem Nähkästchen. Ex-Kandidatin Cora Schumacher, 47, verriet ihren Mitcampern und Millionen von Zuschauern, dass da gerade etwas mit Oliver Pocher, 45, ging. Nach ihrem freiwilligen Auszug aus dem Dschungel kam jedoch das böse Erwachen. Konfrontiert mit Olis Sticheleien zu ihrem Techtelmechtel, offenbart Cora jetzt, dass seine Reaktionsspuren bei ihr hinterlassen habe. Cora Schumacher. Olivers Verhalten habe sie verletzt. Im Interview mit RTL, gibt die ehemalige Rennfahrerin zu, dass Oli nach ihrem Auszug bisher keinen Kontakt zu ihr gesucht habe. Das ist hier alles ein bisschen schräg gelaufen. Er ist ein Comedian, vielleicht ist er momentan emotional nicht verfügbar. Ich fand ihn ganz nett, ganz nice, erzählt Cora. Jedoch habe die 47-Jährige sehr getroffen, wie Uli über sie geredet hat. Im Interview erklärt sie, es tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Ich finde es schade, aber das Leben geht auch ohne einen Oliver Pocher weiter. Sauer auf ihn sei Cora aber nicht. Auch wenn der 45-Jährige etwas über die Strenge geschlagen hätte, jemand, der Oli datet, sollte schon wissen, worauf er sich da einlässt. Nichtsdestotrotz würde sie sich eine Entschuldigung und eine persönliche Aussprache wünschen. Der darf mir gerne eine Blume schicken. Hätte mich nicht auf eine halbherzige Sache eingelassen. Cora bestätigte, ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich mich definitiv nicht auf eine halbherzige Sache eingelassen hätte. Oli weiß auch ganz genau, dass das nicht mein Ding ist. Für die 47-Jährige scheint es also ernst zu sein mit dem Comedian. Der wiederum scheint sich nach wie vor nicht öffentlich dazu bekennen zu wollen, was denn nun tatsächlich Sache bei den beiden ist. Statt eine klare Ansage zu machen, wie er zu Cora steht, witzelt er lieber über die Gerüchte, oder regt sich über seine noch Ehefrau Amira, 31, auf, wenn die mit ihrem vermeintlich Neuen unterwegs ist. Wie der Beziehungsstatus zwischen Cora Schumacher und Oliver Pocher also tatsächlich lautet, ist offiziell nicht bekannt.